Gwendala heil dich mal. Mist. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich habe eigentlich keine große Wahl. Ich habe einen Schwerg. Ein Baum. Komm schon. Zerrig. Ja. Zerrig. Astus. Astus. So, Frau Grimm, du haust das Ding platt. Ähm. So die Scheiße. So, Frau Grimm, warum wirst du geportet? Los, 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 lauft. Du heil ihn. Du brenn das Ding weg und vor Grimm. Schlag das Ding bitte kurz und klein. Du mach die Windmühle an. Äh, du heil ihn auch am besten gleich mal mit. Gut, Frau Grimm hat das Ding totgekriegt. So, Mantra-Kan. Und dann, wenn wir die Hand weg machen. Weil da hinten kommen auch noch die Steingohlems auf uns zugleich. Ich spreche, Frau. Ich versuch mein Bestes. Äh. Ja, auf Gleddys zu hauen. Bei Angro-Schmack. Alles klar. Ach, Vatos. Ja. 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 So. Fehlt noch der eine hier. Na klar. Vorrax. Ja. Und ja, das zweite Portal ist gefallen und das dritte. Es muss mindestens noch ein Portal geben, denn der Durchgang ist immer noch nicht frei. Ich muss es finden und zerstören. Ja. Da hinten kommen noch mal ein Gegner. Noch drei Steingohleme. Alles klar. Dezeption. Mandaya Ioari Banda. Äh. Das war der falsche Zauber. Das war der richtige. Okay. So, der eine Golem ist vielleicht down. Ich hoffe, nach den beiden Golems ist jetzt erstmal Schluss. Das wird echt stressig. So, okay. Wir haben kurz mal Verschnaufpause. Mal gucken, was wir so finden. Was noch nützlich sein könnte für uns. Und die Falle, die da ist, mein Schärfen. So, jetzt habe ich Coppo-Figur auf mir. Also ja, erstmal die Harpien, die da hinten sind, loswerden. Und ein paar Atributo-Konstitutionen. Und Falkenauge-Meisterschuss sprechen. Gut. Harpien-Feder sacken wir mal ein. Ich nehme mal Wundpulver. So, und Quicksave machen jetzt an dieser Stelle wäre auch mal wieder nicht verkehrt. Mal gucken, kann ich den da anlocken? Ja, die kann ich anlocken. Also ohne die Hauptarmee da anzulocken. Mein Atem geht ruhig. So? 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 Noch den anderen Schützen da hinten. Der ist etwas stärker, glaube ich, als der erste, den wir da gefällt haben. Okay, der eine Schuss, der ging total ins Licht. Okay. Kriegsbolzen. Sonst nichts. Also Kriegsbolzen für dich. Kriegspfeile für dich. So, jetzt die Frage, wen können wir von euch anlocken? Okay. Okay, ihr kommt zu allen. Mein Irr, bei Angro Sparts. Alles klar. Ja. Zerretus, Zerretus. Ab. So. Okay, mehr Kultisten. Sind nicht so schön. Sind nicht so schön. Rolams sind auch nicht schön. Lass das mal vor. Ah. Folgt mir. Nein. Haha. Vorrax. Äääh. Bei meiner Axt. Vorräum, hau auf den drauf. Gwendala heil ich ganz schnell. Okay. Wir brauchen Heilung für Pupueno hier. Am besten einen Heiltrank noch dazu. Spricht. Gleich неплохо. voll